So, helfen Sie mir doch. Oder verbietet Ihr Ehrenwort auch das? Warum haben Sie mich angelobt? Wie bitte? Wie konnten Sie nur? All das! Falsche Ehe! Eine zukünftige, unglückliche Ehe! Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Sie haben sich verkauft wegen irgendwelcher Schulden. Und Sie? Sind Sie etwa besser? Sie haben sich auch verkauft. Und das war der größte Fehler meines Lebens. Aber Sie hatten die Wahl. Wahrscheinlich wird Ihnen für diesen tollen Streich sogar noch auf die Schulter geklopft. Wie kommen Sie auf die Idee? Weil Sie ein Mann sind. Sie haben recht. Und Sie, warum haben Sie Baselich die Wahrheit gesagt, dass Sie mich lieben? Ich habe ihm mein Ehrenwort gegeben. Es duftet nach Treppenkartan wie damals, wie damals. Was heißt mir sofern, nun ist es nah, wie damals, wie damals. Es duftet nach Treppenkartan wie diese kleine Hand. Du bist mir lieber dein, wie damals, wie damals. Ich habe ihm mein Ehrenwort. Ich habe ihn not. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020